Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr die Smart Buds so programmiert, dass eine Smart Bud ein Master ist und alle anderen auf diesen Smart Bud reagieren. Okay, bevor ich euch jetzt erkläre, wie man die Smart Buds in die Master Slave Funktion schaltet, möchte ich erstmal erklären, warum man die Master Slave Funktion überhaupt benötigt. Es gibt ja auch diese Wi-Fi Box. Wenn ihr diese Wi-Fi Box habt, macht es meiner Meinung nach eigentlich kaum noch Sinn, die Smart Buds in der Master Slave Funktion zu nutzen. Denn diese Box ermöglicht es euch nicht nur, alle Funktionen auf die Smart Buds zu übertragen, sondern eben auch Programme zu programmieren und die dann abzufahren. Dazu erfahrt ihr aber mehr in einem anderen Video. Ich verlinke euch das mal unten in der Videobeschreibung. Sinn macht es dann also, die Smart Buds in der Master Slave Funktion zu nutzen, wenn ihr diese Wi-Fi Box nicht habt. Und trotzdem wollt, dass alle Smart Buds relativ einfach zu kontrollieren und zu schalten sind. Und dann gibt es nämlich diese mitgelieferte Fernbedienung, die ist auch bei jeder Smart Bud mit dabei. Und ihr könnt mit dieser Fernbedienung dann quasi die Master Smart Bud bedienen. Und alle anderen richten sich dann nach dieser Smart Bud. Wenn du noch keine Smart Buds hast oder dein Set erweitern möchtest, dann habe ich für dich einen ganz exklusiven Deal. Den Link zu dem Deal findest du unten in der Videobeschreibung. Dort kannst du die Smart Buds und auch Zubehör für die Smart Buds zu sehr fairen Konditionen erwerben. Nun möchte ich euch mal zeigen, wie man das Ganze einstellt. Und das machen wir zuerst mit der linken Smart Bud. Hier stellen wir jetzt ein, dass dieses Smart Bud quasi als Master fungiert. Wir klicken hier auf die Menü-Taste so lange drauf, bis wir auf hier, wo kommt es denn hier, STR sind. Wir klicken dann einmal auf Enter und dann haben wir die Möglichkeit hier DRCH und wir haben die Möglichkeit DTAS und DTCH. DTCH wäre jetzt die Master Funktion. Ich schalte jetzt die Smart Bud hier auf DTCH und auf den Channel 2. Das heißt, die Zahl ist immer der Channel, für den die Smart Bud dann aktiv ist. Und in diesem Moment ist die Smart Bud quasi der Master. An der Slave Smart Bud muss ich darauf achten, dass die Smart Bud ebenfalls in dem gleichen Menü, also S-TR, dann auf DRCH2 ist. Das ist im Prinzip die gleiche Einstellung, die wir auch benötigen, wenn wir die Smart Bud mit der Wifi-Box verbinden. Welchen Kanal ihr da auswählt, bleibt euch natürlich frei. Wichtig ist immer, dass sowohl der Master als auch die Slave Smart Bud im gleichen Kanal sind. So, was passiert nun, wenn ich jetzt hier die Smart Bud einmal aufstelle und ich versuche das jetzt mal so zu machen, dass ihr das seht, hier eine Farbe gleich auswähle. Dann, habt ihr es schon gesehen, wird das Ganze auf die zweite Smart Bud übertragen. Das heißt, auch wenn ich jetzt hier die Farbe ändern würde, also ich gehe jetzt hier auf Menü, C ist die Farbe, gehe auf Enter und jetzt kann ich hier die verschiedenen Farben auswählen. Und ihr seht, die Smart Bud reagiert wunderbar darauf. Und so könnt ihr quasi mit einer Smart Bud alle Smart Buds, die ihr habt, ganz einfach steuern. Ist auf jeden Fall eine coole Möglichkeit, wenn ihr einfach nur Ambiente-Licht irgendwo aufstellt, das den ganzen Abend statisch sein soll, also nicht irgendwie zur Musik gesteuert werden muss. Und dann könnt ihr ganz einfach eine der Smart Buds auf Master stellen, stellt eine feste Farbe ein und dann könnt ihr euch auch die Wi-Fi-Box sparen und heller und dunkler machen. Kann man dann auch ohne weiteres mit der Fernbedienung, die ja mitgeliefert wird, hier über das Plus und das Minus. Vorher natürlich hier auf Prozent drücken, das wäre dann der Dimmer und dann könnt ihr auch noch die Helligkeit einstellen. Und ja, braucht eigentlich überhaupt keine Kabel mehr, weil das Teil hier braucht ja irgendwie auch Strom. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich drüber, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Ansonsten, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert hier bitte meinen Kanal. Und wenn ihr Bock habt, noch weitere Videos anzuschauen, dann habe ich euch hier ein paar verlinkt.